Happy Birthday to you! Herzlich Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RedHogGamble. Ich spiele heute Days After, heute ist Donnerstag. Ich sehe gerade keinen Sound, aber ich möchte gleich anfangen. Ich spiele heute Days After, heute ist Donnerstag. Und ja, dann würde ich mal sagen, geht's los. Ich weiß noch nicht genau, was genau ich da mache. Aber, so wirst du euch schon machen. Viel Spaß! Okay. Ich gehe erstmal in meine Basis rein. Mein Taschenlärm, mich ausrüsten. Ich habe einen Scherf, obwohl, das kann ich jetzt auch sofort machen. Vielleicht ist ja da was interessantes, Neues, was ich kaufen kann. Nägel? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das könnte ich vielleicht auch... Kaufen mal. Ach, fehlen noch drei. So, dann schauen wir uns mal, dass wir hier haben für die Nägel, da wir schon dabei sind. Bis gleich. So, ich bin erstmal in den Dorf runter gegangen und möchte mir einmal die Verstärkung holen. So, da ist er. So, da ist er. Wir gehen. Mir da einmal alles abholen. Wie lange ist er bei mir? Unendlich lang, okay. Also bis ich sterbe. Abwurfstelle ist hier hinten. Abwurfstelle ist hier hinten. Jetzt laufen wir da hin. Ich werde einmal kurz schnell die Abwurfstelle machen. Ähm. Erstmal Sachen kaufen. Den habe ich ja schon fertig gemacht, den habe ich fertig gemacht. Den habe ich noch nicht. Aber dem war es ja schon ziemlich knapp. Deswegen würde ich sagen, dem würde ich gar nicht schaffen. Verstärkt. Da bräuchte ich drei Stück von. Kaufen. Ich könnte mir aber sechs Stück kaufen. Dann könnte ich die eine große Lille doch mal probieren. Ich habe ja Verstärkung damit. Müsste ich eigentlich schaffen. Kaufen. 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 Ja. Probier mal den aus. Mach mal mal. Bin gespannt. Also ausgerüstet sind wir eigentlich ganz gut. Also ausgerüstet sind wir eigentlich ganz gut. Waren wir zum reparieren. Waren wir zum reparieren. Bin bereit. Bist. 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 Was ist das da für ein Bär? Ach Mensch, wie viel Gold habe ich denn noch? Da nichts mehr. Was ist das für ein Bär? Meine Güte! Was ist das für ein Bär? 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 Okay. Wie viele Zombies sind noch da? Ich hoffe nicht mehr viel. Was ist das für ein Bär? 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 Okay. Machen wir mal so schnell. Zack. Rüber laufen. Eigentlich sind wir Gleich in den Sumpf reingehen. Übrigens, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft, habe den angeschlossen und der fing auch sofort an zu flackern, dann habe ich mir ein neues Kabel gekauft, aber flackern ist immer noch da, Schuhe kaputt, neues Kabel gekauft, immer noch das flackern, ich gehe also davon aus, dass die Grafikkarte kaputt geht, aber das komische ist, wenn ich nur ein Monitor an habe, ist es nicht da. Aber ich bin mir trotzdem überlegen, ob ich mir eine neue Grafikkarte kaufe. Also, wer es ist da, ich bin mir da, ich bin mir mal, ich bin mir da, ich bin mir Was ist das? Was ist das? Ich denke, hier müsste der Bär sein. Ja. Ich habe ja jetzt genug Erste Hilfe-Kids mit. Was ich ja vorher nicht hatte. Was ist das Feuerzombi? Was ist das? 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 Die Schuhe sind knapp. Ich dachte, da ist der Opa, den ich verfolgen soll. Das habe ich letztes Mal auch noch nicht gemacht. Ich bin nur der normale. Jawoll. Ich habe schon ein bisschen mehr Schaden. Was haben wir noch hier? Was ist das? Okay. Okay. Schlagring nehmen? Ich glaube, ich müsste ein bisschen Wacken. Sonst wird es nichts. Sonst wird es nichts. Nicht. Keine Schuhe. Hopp. Ich nehme auf. Shit. Ich habe noch nicht nachgeschaut nach Schuhen. Keine Schuhe. Okay. Gut. Dann. Dann. Immer noch Radio. Ja. Ich erwarte, dass wir ein bisschen mehr Leben verloren haben. Keine Schuhe. Danke. die brauche ich gerade nicht nur schuhe und helm ist auch schon kaputt ja Da brennt es vermiede. Da kommt die Fliege her. Meine. Die Nerven. Oh. Der noch hinzummen, habe ich gesehen. Voll. Oh. Mütze. Forschen. Zack. Wir packen mal kurz zur Seite dieses hier. Sind alle meine Fernkampfwaffen kaputt? Das kann doch nicht. Ich bin hier. Eine Keule. Ja, okay. Ich brauche es nicht. Ich habe so viele NACAP-Waffen. Hier war noch ein Bär hier hinten. Okay, das ist ein Wolf. Ja, ich höre ihn. Wenn wir das so umgehen. Also, es gibt noch zwei Bären. Und da unten die vier, fünf Zombies. Sollen wir mal jetzt zu dem Mann hier folgen? Die Quest machen? Bin zwar überhaupt nicht dafür grad so ausgerückt. Bin mal gespannt. Komm, komm, zeig in die Schichter. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich habe keinen Platz in Rupert, das ist ja noch schlimmer. Warte mal, einmal kann ich ein Pferdchen holen, aber wofür, ich gebe mir einmal Leder, was war da unten noch drin, Verband, Verband ist auch wichtig, ach nee. Ich habe keine Axt, ach Mensch. Doch, ich brauche eine Axt, ich komme hier nicht weiter. Also das ist doch jetzt ein bisschen komisch. Wie kommt man hier raus? Achso, warte mal, jetzt verstehe ich. Hier, zack, warte hü, dir gebe ich das verschmutzte Wasser. Da liegt eine Axt, zack, nimmbar. Nicht genügend Platz. Ach Mensch, ich würde mich hier alle ärgern heute. Dann packen wir was zur Seite. Dieses hier und jenes. Drei Plätze sollten frei sein, stand da. Da sind wir schon mal. Da sind wir die Bauteile SAP Funktion, bitte. Mit mehr Frauen? Bist du ja drástico sein? Und hier nicht nur noch alles? Du ja nicht, ich werde geniegend. Ja, das warte. Das warte, ja. Da sind jetzt alle jetzt auch. Das war's für heute. Okay, ich würde mal sagen, das war's für heute. Da kommen wir ja sowieso nicht mehr rein. Also, Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nicht mehr seid. Deshalb ich euch viel Spaß und hoffe. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.